Die Band Mirage World zeigt uns heute, wie man mit viel Liebe zur Musik die Menschen zusammenbringt. Also wenn wir Songs produzieren, ist meistens so, also es gibt da sehr unterschiedliche Versionen. Mal bringt jemand wirklich eine Idee schon mit und sagt, hey, ich hab hier was, da können wir uns was bauen. Gemeinsam streben sie nach einer Fusion von Klängen und Rhythmen und kreieren dabei einzigartige Musik. Das größte Highlight unserer Karriere bisher, würde ich sagen, die Aufnahme. Dass die Band enorm viele Emotionen aus unterschiedlichsten Beweggründen mitbringt, spürt man in jeder Strophe. Was macht Musik so wichtig in meinem Leben? Also, Musik ist für mich alles. Musik ist für mich Essen, ist für mich Schlafen, ist für mich alles Mögliche, das auf der Erde gibt. Die Geschichte, wie sich die Band zusammengefunden hat, ist genauso einzigartig wie ihre Musik. Wie es zur Gründung von Mirage World kam, das war total komisch. Wir waren eigentlich nur ein paar Leute, die zusammen Deutsch lernen wollten. Musik Auf jeden Fall werden wir weiterhin uns inspirieren lassen und immer weiter Lieder machen. Und natürlich auch verschiedene Lieder, wo wir halt in verschiedenen Sprachen singen werden. Und natürlich auch lernen und weiterhin bis zum Gehtnichtmehr. Musik Musik